Jetzt mal Platz, jetzt müsste man den Ticket aufnehmen. Rosenberg gegen Simon Eich, Rosenberg. Und gut erhalten von Ellen Brandt. Der war nicht ohne. Und die Idee von Rosenberg war auch gut überraschend, den kurz mitgegangen zu sein. Hier. Die Klasse reagiert von Ellen Brandt, der schnell unten war. Und dann gut getimt, in den vorigen zwei Kaffees und so, weil er wieder provoziert. Endlich mal wieder eine Chance für die Bremen. Simon Eich, Aaron Brandt. Oh, nein, mein Gott, der war nicht weg, aber das ist Rosenberg. Richtig so, dass er in dieser Szene sofort den Abschluss sucht. Seine zweite gute Aktion innerhalb einer Minute. Bisevic, gut geblockt von Naldo. Jetzt war wieder so eine schwierige Szene für den Unparteiischen. Gibt man da eine Kiste, lässt man jetzt bleiben. Entscheidet sich dafür und verwahrt Warnfried. Also wenn man jetzt so die Zeitlupe sieht, würde man sagen, muss man nicht unbedingt die Garte geben. Aber entscheidend ist, dass Kirche nach wie vor die Spiele... Ich habe die Mitternacht... Ich habe hier oben über die Mitternacht.